Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin momentan bei 66.450 US-Dollar übers Osterwochenende ist wenig passiert, ich war viel unterwegs, deswegen gab es keine Update-Videos. Dafür jetzt ab heute wieder und es hat sich ordentlich was getan, wir sind in der Spitze auf ungefähr 65.000 US-Dollar gefallen, also doch ein etwas größerer bzw. leichterer Abverkauf. Wenn wir uns das mal angucken, jetzt in den letzten Stunden ging es 6% nach unten, die Altcoins ebenso bzw. teilweise sogar noch mehr, 7, 8, 9% nach unten hingegangen, aber völlig normal, was da hier momentan jetzt abgeht. Wir hatten relativ hohe Funding-Rates, die jetzt auch mittlerweile wieder ein bisschen zurückgegangen sind, auch das, wenn wir uns das gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen, aus dem, wo wir unseren nächsten Support erwarten bzw. wo wir auch möglicherweise neue Long-Positionen erwarten können. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf Gold etc. pp., weil da hat sich auch ein bisschen was getan in den letzten Tagen, da auch schon mal Positionen ja ausgestoppt worden, seit dem Gold wieder in Richtung Moon unterwegs, aber das werden wir uns das alles im heutigen Update-Video anschauen, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wenn euch das Video gefällt, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram, Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr Stocks, Forex, Krypto etc. pp. traden wollt, dann meldet euch gerne bei meinem Partner BingX an. Dort, wie gesagt, könnt ihr alles traden und habt sehr, sehr niedrige Gebühren, außerdem wird es momentan wieder eine coole Aktion, wenn ihr euch über meinen Link registriert. So, jetzt aber genug Werbung gemacht, wir steigen ein ins Video. Also was hat sich am Wochenende getan? Im Endeffekt nicht wirklich viel. Wir sind die ganze Zeit hier zwischen, ich sage jetzt mal 68.800 bis knapp 71.600 US-Dollar getradet. Ihr seht hier oben, das war unsere Short Area bei 72.200 US-Dollar, da sind wir leider nicht mehr reingekommen, haben leider nicht diese kleine Ineffizienz mehr geholt, sind eher seitwärts gelaufen und jetzt gab es eben heute Nacht den ersten größeren Abverkauf. Auf das Fit-Level können wir uns das erste Mal sparen. Was wir auch jetzt erst einmal als Unterstützung verloren haben, war hier dieser Preisbereich. Das war ja noch unsere Long-Option von letzter Woche, wo wir gesagt haben, okay, dort könnten wir gegebenenfalls eine Long-Position machen, sind wir aber heute Nacht komplett durchgeschlittert mit einer schönen 4-Stunden-Candle. Wir schauen uns das mal auf einen 1-Stunden-Timeframe genauso an, also diese Ineffizienz hier sind wir komplett durchgeschlittert, auch mit sehr, sehr hohem Abverkaufsvolumen. Alles nicht wirklich prickelnd, was man auch dazu sagen muss, wir haben jetzt hier ein tieferes Tief, das heißt diese Aufwärtsbewegung hier ist jetzt erst einmal zunichte, das heißt wir müssen uns wieder an der Range orientieren. Und diese Range gilt jetzt auch schon seit Wochen, die liegt zwischen 61.000 und knapp 72.000 US-Dollar. Das ist unsere Range, auf die es ankommt, aus dieser müssen wir entweder nach oben oder nach unten hin ausbrechen, momentan sind wir einfach wieder direkt dazwischen. Und hierfür ziehen wir uns einfach nochmal das Fit-Level von unserem letzten Zwischentief hier bis zu unserem Top und da sehen wir auch, okay, wir sind schon direkt ins Golden Pocket reingekommen. Long-Position könnten wir uns jetzt im Laufe des Tages mal überlegen, je nachdem wie wir dann hier unten diesen Week hier abholen, weil hier unten gibt es eine Menge, Menge Liquidität zu fischen. Und wenn wir uns dann auch mal noch die Funding-Rates angucken, die sind deutlich, deutlich zurückgegangen, also wir sind wieder auf einem komplett neutralen Boden und das obwohl wir weiterhin bei über 66.000 US-Dollar traden, also sehr, sehr gutes Zeichen für möglichen weiteren Aufwind. Halving steht jetzt auch diesen Monat an, also da kommen wieder einige Bullish-News-Ereignisse möglicherweise auf uns zu. Vor allem DYDX und CoinEx knapp sogar im Minus bzw. sehr, sehr nah an der 0%-Marke. Und wenn wir uns mal so den Vergleich angucken, sehen wir, okay, die letzten vier Stunden wurde eine Menge liquidiert hier in diesem Anschein nach und das ist ein gutes Zeichen. So, wie gesagt, wir sind dann jetzt erstmal im Golden Pocket, das wäre so die erste Möglichkeit, wo ich mir vorstellen könnte, okay, erste kleinere Long-Position hier einzugehen. Der WIC hier unten stört mich ein bisschen, das ist die 64.600 US-Dollar-Marke, die sollten wir mal uns zumindest mal markieren bzw. auch mit so einer kleinen Box markieren, wo wir uns überlegen könnten, okay, das hier als möglichen Stop-Loss dann hinzunehmen. Prozentual, muss man aber auch dazu sagen, würden wir dann hier bei 2% liegen, ist aber meiner Meinung nach absolut human, hier dieses Risk auf jeden Fall einzugehen. Außerdem, was auch noch schön wäre im 1-Stunden-Timeframe, wäre dann, wenn wir hier noch so eine kleine Bullish-Rivergence reinkriegen und Ziel von dieser Long-Position wäre dann auf jeden Fall, also wir gehen hier runter circa, wäre dann erstmal die Ineffizienz bzw. dieser Pivot, der hier neu liegt bei 68.000 und hier sollten wir dann auch die ersten Profite nehmen. Entweder wir kriegen da noch die Ineffizienz oder ballern komplett nach oben oder bilden ein tieferes Hoch und werden dann weiter in Richtung 61.000 US-Dollar abverkauft. Das wäre jetzt erstmal so der kurzfristige Timeframe. Wir schauen mal noch ganz kurz auf den Daily-Timeframe, ob sich hier irgendwas getan hat. Also hier muss man schon ehrlicherweise sagen, ähnelt das Ganze schon so einer Art Doppeltop. Leider, wie gesagt, hier oben die Short-Position nicht abgeholt worden, ganz, ganz knapp. Volumentechnisch gehen wir auch seit Tagen deutlich, deutlich zurück, also Doppeltop-Merkmale wären grundsätzlich da, aber das wird sich heute, denke ich mal, alles im Laufe des Tages entscheiden, wie wir eben hier an diesem Golden Pocket regieren bzw. hier bis zum 0786er runter abverkauft werden. Die Neckline auch von unserem Doppeltop wäre dann auch hier unten das natürlich Ende von der Range, wo wir darüber gesprochen haben, zwischen 60.000 und 61.000 US-Dollar und sollten wir diese Marke verlieren, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir uns dann abverkaufen in Richtung 52.000 bis 48.000. Aber das sagen wir auch schon seit Wochen, das sind immer unsere Steps, die wir jetzt immer wieder zum Nachkaufen nutzen. Das wären die 60.000, dann eben diese grüne Box und dann irgendwann nochmal hier relativ unter 40k. Aber wie gesagt, ist alles noch dahin, es sind immer noch Preise, die möglich sind, also ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass wir nie wieder 35k sehen, die Möglichkeit bestünde, aber wir haben dazwischen immer wieder sehr, sehr viel Support, den wir natürlich auch erstmal durchbrechen müssen. Ansonsten, wie gesagt, tut sich hier relativ wenig, also brauchen wir auf wenig jetzt hier noch eingehen, wir haben unseren Support verloren, Long Position hier erstmal hinfällig, wie gesagt, darauf warte ich jetzt, bis wir hier nochmal runter gehen. Ethereum, relativ gleiches Spiel, auch hier, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, ich glaube das letzte Video habe ich am Donnerstag oder Freitag gemacht, wurde leider nicht mehr abgeholt, wir sind weder hier ins Golden Pocket reingekommen, noch wurden wir hier oben die Ineffizienz nochmal abgeholt. Also auch hier erstmal alles hinfällig, auch hier geben wir natürlich den Weg nach unten mit, wenn Bitcoin fällt, fällt auch der gesamte Markt natürlich, auch Ethereum, die ganzen Altcoins und sowas. Das Thema hatten wir auch übrigens in der Gruppe, hat auch jemand gefragt, ja, wo sehen wir möglicherweise nochmal einen Bitcoin-Boden? Habe ich gesagt, 30 bis 35k sind noch drin, dann war noch die Frage, wie sinken dann die Altcoins im gleichen Maße oder nochmal 10, 20% mehr? Also darauf könnt ihr euch einstellen, sollten wir hier wirklich nochmal so einen größeren Dump sehen. Auf jeden Fall bei Ethereum haben wir ja darüber gesprochen, das Inverse Head & Shoulders hätte perfekt geklappt, wenn wir hier über das Golden Pocket rübergekommen sind, sind wir aber leider nicht. Auch hier sehen wir den Abverkauf, die blaue Linie hier, das wäre eine mögliche Long Position gewesen, sind wir aber auch durchgefallen. Ansonsten ziehen wir uns mal hier ganz kurz das Fit Level von unserem Tief bis zu unserem Top, da sehen wir, okay, Golden Pocket hier ist noch ein bisschen nach unten hin. Volumentechnisch ist dieser Preisbereich aber von unserem Golden Pocket absolut uninteressant. Wenn ihr euch das mal anguckt, wir haben hier eine kleinere Volumenansammlung, die wurde aber wiederum hier durch dieses tiefere Tief gefischt. Der nächste Step wäre dann hier zwischen 3050 und ich sage es mal 3140 US-Dollar. Also ich gehe hier von keiner Long Position das erste Mal aus, ich gehe hier eher davon aus, dass wir hier sogar nochmal einen größeren Abverkauf sehen und dann uns hier unten möglicherweise erst nochmal neu Long positionieren. Das heißt, das Golden Pocket können wir wegmachen. Das obere würde ich gerne noch ein bisschen drin lassen, sollten wir doch nochmal eine Erholung sehen. Aber ansonsten sieht dieser ganze Chart derzeit nicht wirklich bullisch aus, vor allem weil wir schon vor dem Golden Pocket hier rejected worden sind. Also momentan sieht es eher danach aus, tieferes Hoch und weiterer Abverkauf. Gehen wir mal rüber zu Gold. Da hatten wir ja letzte Woche einen Trade offen und zwar den, jetzt muss ich überlegen, den Short Trade. Das war der hier nach unten hin, wo ich euch gesagt habe, okay, nehmt Profite und Stop-Loss Entry war beste Entscheidung, weil im Endeffekt wurde das Ding jetzt dann auf Stop-Loss Entry ausgestoppt. Wir haben wieder ein neues Hoch geklatscht bei 2.265, aber auch hier werde ich mir neue Short Einstiege suchen. Wie gesagt, die Long Position läuft noch, wir hatten wenigstens ein Take Profit beim Short. Wir werden dieses Hoch hier auf jeden Fall mal beobachten, wie wir uns hier oben verhalten in diesem Preisbereich bei 2.265 US-Dollar. Sollten wir hier drüber schließen, hat sich die Short Position erstmal erübrigt, dann wäre mein nächster Ankerpunkt erst hier oben die 2.300 US-Dollar Marke. Mehr würde ich momentan hier ehrlich gesagt auch nicht machen. Long Position verdoppeln, können wir erst deutlich, deutlich weiter unten. Also hier Short Position, alles über 2.265 Close wäre nicht gut für ein Short. Sollten wir hier hochkommen, können wir hier eine neue Short Position versuchen und wenn wir hier natürlich ein bisschen Struggle reinkriegen. Gehen wir rüber zum Euro. Hier wiederum auch einigermaßen gut gelaufen, in Anführungszeichen einigermaßen gut. Wir hatten zwei Take Profits hier bei unserem Long, der wurde jetzt mittlerweile auch ausgestoppt. Auf Stop Loss Entry, wir sind nochmal deutlich tiefer gefallen, haben wir also diesen Support hier erstmal verloren. Und ja, es liegen momentan bei 1,073 Euro. Nächste Support Box wäre hier unten auch das übergeordnete Golden Pocket und da nähern wir uns jetzt auch in den letzten Tagen immer, immer näher an. Also das ist für mich die nächste Long Option, die wir jetzt haben. Wir haben hier unten noch so eine kleine Ineffizienz, die liegt hier bei 1,072 Euro. Und das ist auch momentan mein gewünschter Entry. Also sobald diese grüne Box hier unten getriggert wird, das ist unsere nächste Long Option. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen oder zumindest mal Limit Order setzen. Wir haben die Short noch offen, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, wir haben hier wieder einen möglichen Free Trade. Der letzte ist gut gelaufen und das kann ich mir hier auch sehr, sehr gut vorstellen. Mit sogar einer möglichen Bullish Divergence, die hier noch reinkommen würde. Trotzdem, für alle, die in den Trade trotzdem reingehen möchten, trotz nicht offener Position, würde ich den Stop Loss hier irgendwie bei 1,066 Euro reinsetzen. Das heißt, ein Risk von 0,6 Prozent oder ja doch knapp 0,6 Prozent. Also auch hier sieht es ganz gut aus, zumindest für eine zwischenzeitliche Erholung, weil übergeordnet sieht der ganze Chart nicht wirklich Bullisch aus. Also so fair muss man auch sein. Das wäre wieder so ein kurzfristiger Trade mit 1, 2 Take Profits und dann möglicherweise auch mal endlich die Short Position verdoppeln, um dann möglicherweise weiter abzuverkaufen. Also das mal ein bisschen im Hinterkopf halten, auch für den heutigen Tag. Zweck Stop Loss muss ich nochmal Bescheid geben. Also mich stört hier ein bisschen diese kleine Ineffizienz, die zeichne ich euch nochmal hier in blau ein. Das ist dieser Preisbereich hier unten, der genau am Pivot S2 liegt. Müssen wir nochmal gucken, weil 1 Prozent ist ein bisschen viel, finde ich, für einen Trade. Vielleicht machen wir zwei Entries einfach draus, aber da werde ich euch auf jeden Fall dann in der Telegram Talk und Signal Gruppe auf jeden Fall nochmal auf dem Laufenden halten. Ansonsten Stockmärkte, was gibt es da momentan zu sagen? Nicht wirklich viel. Wir haben das technische Preisziel von unserer Bullflake nicht erreicht. Wir sind nicht an den Pivot gekommen. Wir haben zwar eine Bearish Divergence ausgelöst, aber das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Ich hoffe auch hier noch, dass wir im Laufe des Tages nochmal, oder zumindest jetzt im Laufe der nächsten Tage, vielleicht sogar nochmal hier 5.320 Punkte Marke durchbrechen, beziehungsweise hier hochkommen. Ich möchte gerne nochmal einmal diese Linie hier oben testen, bevor wir hier endgültig den Short reinmachen. Also auch hier gibt es nichts Neues, deswegen die letzten Tage keine Videos gemacht, weil es sich einfach nicht gelohnt hat. Wie gesagt, Feiertage natürlich auch in den USA, viel familiär unterwegs und sowas. Und technisch gesehen hat sich an den Märkten überhaupt nichts verändert. Die Pläne von letzter Woche sind eigentlich immer noch die gleichen wie für diese Woche. Wir müssen nur ein bisschen mehr darauf achten, wie tief geht Bitcoin und kriegen wir neue Einkaufsmöglichkeiten diese Woche möglicherweise noch. Ansonsten Nasdaq, gleiches Spiel, absolute Stillstandwoche, DAX weiter am Pumpen, also auch hier erst einmal kein Short. Das war es für das heutige Video, würde ich sagen, war jetzt ein bisschen ausführlich, aber gut, musste jetzt auch alles besprochen werden. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen zum nächsten Update-Video wieder und wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Wochenstart. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, Steak.